Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog von Herr Anwalt. Und ihr wundert euch sicher? Herr Anwalt, das sieht doch ganz anders aus bei ihm. Hat er vielleicht seinen Job verloren? Nein, es hat andere Gründe. Und ihr seht es schon, ja, es hat mich erwischt gestern. Ich bin nicht etwa ausgerutscht, nein, es ist bei einem Fußballturnier passiert. Ich war Torwart und ich habe eine grandiose Tat vollbracht. Ich habe nämlich einen 9 Meter gehalten. Leider hat mein Handgelenk nicht gehalten. Und jetzt habe ich mir den sogenannten Radiuskopf gebrochen. Eigentlich wollte ich jetzt im Büro sein und ein Video zum Familienrecht machen, aber ich habe mir gedacht, mach das Beste draus und nutz es doch. Also soll unser Thema lauten, was passiert, wenn mich mein Gegenspieler beim Fußball grob und sportlich verletzt? Habe ich vielleicht Schadensersatzansprüche oder nicht? Wir finden es heute heraus. Dafür gilt es zunächst einmal, die Rechtsgrundlage zu finden, nach welcher ich Schadensersatz bzw. Schmerzensgelde bekommen könnte. Und die Rechtsgrundlage findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch unter dem Paragrafen 823 BGB. In § 823 heißt es, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen verletzt, ist diesem anderen Menschen zum Ersatz des daraus resultierenden Schadens verantwortlich. Unterteilen wir das Ganze einmal in einen objektiven und in einen subjektiven Tatbestand. Objektiv gesehen müsste eine Person eine andere Person verletzt haben. Wie ist das in meinem Fall? Ich bin Torwart und möchte einen 9 Meter halten. Der junge Mann auf der anderen Seite möchte natürlich unbedingt ein Tor schießen, wo ich dann meinen Arm hinhalte. Meines Erachtens hat dieser Mensch mich schon gar nicht am Körper verletzt. Wenn er nicht gewesen wäre, gut, dann wäre mein Arm wahrscheinlich nicht gebrochen. Aber ich war es doch selbst, der den Arm rausgehalten hat und den Ball unbedingt fangen wollte. Ich wusste, was auf mich zukommt. Also würde in diesem Beispiel schon der objektive Tatbestand nicht gegeben sein. Anderes Beispiel. Ein Mittelfeldspieler spielt einen tödlichen Pass zum Stürmer und dieser taucht plötzlich fast vollkommen frei vor dem Torwart auf. Aber nicht ganz. Ein Innenverteidiger rauscht in letzter Sekunde von halb hinten heran und grätscht ihn von hinten in die Beine, so dass es leider zu einer schweren Verletzung kommt. Da hätten wir natürlich den objektiven Tatbestand gegeben. Es liegt eine Verletzung vor bei einem anderen Menschen, es liegt eine Handlung des Verteidigers vor und auch dieser Verteidiger war kausal für diese Verletzung. Könnte der Stürmer jetzt einfach so den Verteidiger verklagen und beispielsweise auf Schmerzensgeld oder Verdienstausfall in Anspruch nehmen? So einfach ist es natürlich nicht. Denn wir müssen gucken, ob neben dem objektiven Tatbestand auch das sogenannte Verschulden vorliegt. Ich hatte ja vorgelesen, die Handlung muss fahrlässlich oder vorsätzlich stattgefunden haben. Und hier gelten insbesondere in Wettkampfsportarten einige Besonderheiten. Wie ist der Verschuldensmaßstab also beispielsweise beim Fußballspiel? Und da muss man erstmal gucken, Fußball, um was für eine Sportart handelt es sich denn dabei? Und da sagen viele, ja klar, Fußball ist ein Ballsport. Aber nicht nur. Fußball ist eine, man soll es nicht glauben, Kampfsportart. Man kämpft um den Ball. Man kämpft darum, dass man den Ball im gegnerischen Tor unterbringt. Und dazu gehört auch der Einsatz von körperlicher Härte. Deshalb nennt man das auch Zweikampf. Und da ist der Körpereinsatz nicht per se verboten. Und die diesem Spielzweck gebotene Härte gilt so lange, bis die Grenze der sogenannten Unfairness nicht überschritten wird. Und dafür ist tatsächlich auch der Katalog des Deutschen Fußballbundes entscheidend. Wenn also die Handlung objektiv so aussieht, dass tatsächlich nur ein Wettkampf um den Ball stattfand und das Foul letztlich nur passiert ist, weil ich vielleicht zu spät gekommen bin, ja dann liegt kein Verschulden vor. Der Schiedsrichter pfeift zwar faul, aber es ist kein grob regelwidriger Verstoß. Anders hingegen bei zwei besonderen Foularten. Und dazu zählt meines Erachtens auch das sogenannte taktische Foul. Taktisches Foul klingt hier erstmal wie ein sogenanntes Gentleman-Foul. Ich hab's ja nur gemacht, um den Gegner an einer Torschance zu verhindern. Ja, aber Vorsicht! Wer das hinterher sogar zugibt, der gibt ja gerade zu erkennen, dass es ihm nicht daran gelegen war, um den Ball zu kämpfen, sondern nur darum, dass der Stürmer mir eben nicht wegläuft. Und mein Angriff war tatsächlich dann nur auf den Körper gerichtet. Die zweite brisante Foulart ist natürlich das sogenannte Revanche-Foul oder auch die Tätlichkeit. Da ist der Ball überhaupt nicht im Spiel, sondern ich wurde gefoult und denke mir, so, ich räche mich jetzt und wenn ich dann aushole und meinen Gegenspieler umtrete, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich hinterher so eine Klage bekomme. Und die dürfte in aller Regel, auch wenn es dann zu einem Schaden gekommen ist, begründet sein. Also kann ich euch nur raten, taktische Fouls, Revanche-Fouls, lasst es! Und liebe Leute, am Fußballplatz stehen jede Menge Zeugen. Wir haben einen Schiedsrichter, wir haben Leute mit einem Smartphone, die das ganze Spiel filmen. Unterschätzt das nicht. Heute wird es immer einfacher, diese Dinge dann auch zu beweisen. Liebe Leute, das war es für heute. Ich hoffe, ihr wisst nun, wie ihr euch auf dem Fußballplatz zu verhalten habt, damit ihr keine rechtlichen Probleme bekommt. Nächste Woche geht es weiter, dann in meinem Büro. Und ich kann euch versprechen, es wird auch wieder ein besonderer Videoblog, denn ich mache ihn dieses Mal nicht alleine. Ich werde einen kleinen Gast dabei haben. Ihr dürft gespannt sein. Er ist ein großer Star. Ich habe ihn in meine Sendung bekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Das würde mir eine große Freude bereiten. Und normalerweise sage ich an dieser Stelle, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Nur, nach diesem Block bin ich da selber gar nicht mehr so sicher. Ihr solltet vielleicht die Regeln insoweit brechen, dass ihr um den Ball kämpft und die Regeln nicht so weit ausreizen, dass es zu einer roten Karte kommt. Denn dann liegt vielleicht auch schon eine Gesetzesüberschreitung vor. Also, denkt dran, brecht die Regeln ein bisschen, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.